Oma! Da ist Oma Monika und der hier bin ich, Walter Saar. Ihr Kopf ist voll mit Sachen und manche davon fallen raus. Oma Monika und ihr hatten immer was zu feiern. Deshalb gab es bei uns auch jeden Tag Kugeln. Habt ihr was Ungesundes gegessen? Im Gegenteil. Na, ist Oma noch fit? Ja, schon. Oma Monika! Ja, Kreuzworträtselzeit! Ich bin nicht Oma Monika. Los, schreib das Wort auf! Oma Monika! Ohne Balthasar, weil der da noch nicht da war. Oma Monika. Das ist nicht völlig schlecht. Oma Monika. Oma Monika ist wieder da. Journalistin! Nein, war das Oma Monikas Beruf. Ich hab einen riesigen Attil. Und noch ein! Alter! Nein! Oma Monika! Was? Ohne ist einen, herr. Ich hab einen, herr. Ich bin nicht mehr als Einwachen mit dir. Ich bin nicht mehr als ein, herr. Ich bin nicht mehr als ein, herr. Und das war es schon. Es kam.